Hallo Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Streets, war ich mit der RD704 unterwegs und ja, auch schon nach dem Netcode-Patch, den ich sehr, sehr feiere. Es geht einfach viel besser rein und ja, ihr werdet es auch gleich im Raid sehen. Es war viel PvP, viel Loot, schöne Flanks, aber ich will es euch nicht spoilern, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr nachher vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß! Ja, Prime bringt nichts. Äh, Tier 1 Sub. Tier 1 Sub ist die Rede. Prime, ich meine natürlich bringt Prime was, aber für den Partner Plus-Grind. Heißt nicht, dass ich Primes nicht auch gut finde. Wow. Er hasst mich. Das war eiskalt ein Scaff? What? Hey, Pierre. Lightning Wander, Dankeschön für 5 Gegiftete. Danke für den Support. Und die ersten 5 überhaupt. Leute, kann ich ein bisschen Ding, Ding, Ding und Hype sehen. Danke für die 5er-Bombe. Weiß nicht zu schätzen. Und servus, Pierre. Let's go, let's go, let's go. Save my gear, save my gear. Oh mein Gott, save my gear. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Drei schwere Blutungen. Danke für den absolut fetten Support, Leute. Lightning Panda für die ersten überhaupt. No Bait. Gifted Subs zählen leider nicht. Ich sag's immer dazu, für den Partner Plus-Grind. Zählen Gifted Subs leider nicht. Aber ich freu mich natürlich trotzdem über den Support. Servus, Tim. Wenn du es darauf bezogen war. Äh, da gibt's wohl einen Bugs-Aeroxan. Einfach, also, ich bin mir auch nicht sicher, was da genau los ist. Es ist auf jeden Fall irgendwas los. Einfach mal die Graficsettings neu starten. Es bringt auf jeden Fall was. Auf Streets ist immer noch nicht perfekt. Aber es ist definitiv besser. Also, haben jetzt schon einige gesagt. Ist natürlich schwer festzumachen, was wirklich Sache ist. Aber ja, Leute. Danke für den ganzen Support. Leider kann er insbesondere für die 5 gegiften. Wenn's jetzt wirklich wegen dem Goal hier oben war, tut's mir leid. Man muss ein bisschen was zurückgeben. Das ist falsch. Man kann ein bisschen was zurückgeben. Ich freu mich natürlich riesig über den Support. Danke dafür. Danke für die 5 gegiften. Die Jungs sind halt einfach mal verreckt, weil da draußen diese Skefs waren. Dr. Heiri, vielen Dank für den Follow bekommen. Da ist noch jemand in der Baustelle. Diese Statuen hier immer, ne? Mal sehen, ob hier unten noch jemand ist. Da hat auf jeden Fall meine 6er Amor gerade richtig getankt. Ja, den Typen lute ich mal nicht. Den hier schon eher. Lightning Panda. Dankeschön für den fenten Support. Mit dem Upgrade auf Tier 2 weiß ich sehr zu schätzen. Danke für den Beitrag zum Partner Plus Grind. Und den Tier 2 Sub mit 6 Monaten schon. Weiß ich zu schätzen. Moin, Glasi. Der zählt. Der zählt. Vielen lieben Dank. Oh, da kann ich mir ein bisschen Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Hype sehen. Für die 5 Gegifteten und den Tier 2 oben drauf. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser auf jeden Fall. Sorry. Was geht der Franz aus? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Bisschen ja, Glasi. Suchtbomber ist ja. Ja, Franz, ich würde gerne mit dir tauschen. Bleib dran. Das ist das Beste, was du im Moment spielen kannst. Bist nicht alleine. Es ist mega hart. Erfahrung ist alles. Aber wird das Beste, was du spielen kannst. Ich würde gerne mit dir tauschen nochmal über EFT alles vergessen und neu anfangen. Geht leider nicht mehr. Das war ein Bitmoin, oder? Ja. Seht nächstes Lass aus. Wie geht's? Ja, probiert den FPS fix. Er ist zwar nicht, ähm, hundertprozentig, aber... Es hat auf jeden Fall auf Customs was gebracht. Und... Ja, ist was los hier auf Streets? Oben rechts auf Revert gehen. Er resettet auch bloß die Grafik-Settings. Oben rechts auf Revert einfach. Oh! Ich hab ihn. One tap. One spiele. Steh hier, Junge. Das gibt ein Report, ja. Hab mal was zu essen. Ah, ich hab mal was hier. Das gibt ein Report. Na, ohne Scheiß aus dem Winkel. Musst man uns mal ein bisschen Zucker rein, ne? Man wird gewalbt, ich denke, Ende des Monats. Da ist er genau was, ne? Ei, 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 ei. Dieser Shot. Ich bin stolz auf mich. Reef's Place, ne? Boss-Event ist vorbei. Geht da hinten eine Granate hoch? Es gibt ein neues Event, das Hardcore-Event oder One-Shot-Event. Aber das macht keiner. Aus für sein Event. Hier ist irgendwo einer. Oben rechts auf Revert bei Grafik-Settings. Ich zeig's kurz. Moment. Hier, da. Revert. Ähm. Ich glaube, mit dem Event testen sie, was Sache ist. Was möglich ist, was die Leute machen. Und was nicht. Die loten die Grenzen aus. Okay. Dr. Heiri, eben gefollowed. Jetzt den Tier 1 rum drauf. Dankeschön für den Beitrag zum Partner-Plus-Grind. Willkommen in der Abo-Falle. Danke für den ganz frischen Sub. Weiß ich sehr zu schätzen. Sind wir doch noch bei 10 von 15. Ah, das wird besser. Wenn wir noch 5 Leute reinzupfen, machen wir das Gläufe heute. Boah, da kann man von hier fast ans MG schauen. Von hier ans MG. Leute, ihr lasst mich nicht hängen. Reap, äh, Reapax. Vielen Dank für den ganz frischen Tier 1. Willkommen in der Abo-Falle. Okay, danke für den Support und für den Beitrag zum Partner-Plus-Grind. 11 von 15. Danke für den Support. Weiß ich sehr zu schätzen, Leute. Mega. Kann mich bloß wiederholen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das da oben wirklich ein Spieler war. Ey, Moment, ich krieg da einen Winkel, ey. Hundertpro. Ich krieg da einen Winkel auf den. Vielen Dank für den Support und dann die Folge wieder her. Danke für den Support. Geht's aus. Das war da vorne. Der schießt auf die andere Seite. Jetzt haben sie schon extra so gemacht, dass man nichts sieht, ey. Das ist echt krasses Map-Design, was gerne mal untergeht. Da liegt mein Toter, ne? Aber einfach, man sieht nichts. Man sieht immer von bestimmten Positionen nur ganz wenig. Vielleicht noch mein Backpack. Okay, okay, okay. Gehen wir doch noch mal rüber in, äh... Aber ich schaue noch schnell hier, ob man... Lass mal nicht liegen. Autohandel ging's auch zur Sache. Aber ich schaue noch mal rüber. 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 fängt das grauens ein bisschen risiko leute kommt jetzt steht er schon hier wir machen weiß ich war vorhin feit oder so scheuklappen auf und durch klappen zu ja Ah, sorry. Ah. 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 Ich liebe es, wenn ein Flank funktioniert. Ein Traum. Er hat überhaupt keine Ahnung. Er steht da und checkt gar nichts. Ah. Ah. Oh. Meine Fresse, ey. Oh, wundervoll. Wundervoll, was ist hier los, ey? Er bleibt einfach da schön stehen. Und voll an dem vorbei gerannt hier, ne? Habe ich überhaupt nicht interessiert. Gelesen wie ein offenes Buch? Ja. Ey, shit. Der checkt bis jetzt nicht, was passiert ist. Aber, ne? Schön, dass er da einfach stehen geblieben ist. Ist nett von ihm. Hilft extrem. Das ist die ganze... Moment. Rotation. Da ist er. Scheiße, er rennt. Oh, das wäre so gut gewesen. Komm bitte hier hoch. Oh, so knapp, ey. Rennen, rennt er, glaube ich. Ah, der kommt nicht wieder. Der macht jetzt die Jogginghose zum Ausgang. Schätze ich mal. Er hat auch hier keinen Bezugspunkt. Ich habe ja nicht auf ihn geschossen oder so. Das heißt, so soll er hier bleiben. Er hat halt bloß da einmal rausgeschaut. Den Glitch gemacht und dann hat er sich verpisst. War der richtige Gedanke, hier hochzugehen. Was bringt Vaseline? Präventiv ist ein Schmerzmittel. Wenn ich getroffen werde, muss ich das dann nicht noch direkt nehmen. Sondern habe es direkt am Laufen. Und er muss nicht irgendwie eine Spritze nehmen oder so. Verschwendet keine Zeit. Ganz toll, wie da alle verkrault. Ja, RIP. Das war jetzt. Sehr freundlich. Einer ist gerade in die Polizei gehüpft. Ich bin ziemlich sicher, einer ist gerade in die Polizei. Ich bin ziemlich sicher, einer ist gerade in die Polizei. Ich bin ziemlich sicher, einer ist gerade in die Polizei. Ich bin ziemlich sicher, einer ist gerade in die Polizei. Ich glaube, hier ist einer rangehüpft. Ich bin ziemlich sicher. Ich bin ziemlich sicher, einer ist gerade in die Polizei. Ich bin ziemlich sicher, einer ist gerade in die Polizei. Ich bin ziemlich sicher, einer ist gerade in die Polizei. Finanzkrise. Okay. Könnten hier sein. Ich glaube, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben. Wir wollen jetzt mal nicht übertreiben. Ist er. Äh, Alt-Klick, Jörn. Mit Alt-Klick kann man direkt alles anlegen. Kontroll-Klick ist rüberklicken. Alt-Klick ist direkt anlegen. Und. Ich bin ganz sicher, aber... ... ... ... Wieso denn Kürbis? Der Kürbis ist super, alle wollen den Kürbis haben, du willst ihn nicht haben. Der Kürbis ist doch super, du bist einer der wenigen, die den haben. Oh, der ist traditionell hier verankert. Wenn ich Partner Plus schaffe, weiß ich nicht, ich denke drüber nach. Der arme Kürbis, der ist super. So, wir gehen jetzt mal raus hier. Damaged House ist das Ziel. Ah, das ist der Sniper Scaf, deswegen. Oh, oh. Oh, der will Stress. Hier liegen schon zwei Sniper Scafs, wie oft habt ihr denn den da heute schon runtergeschossen? Sabbelnett. Habe ich hier die Scafs am Anfang getötet? Ne, die sind gelootet, das war nicht ich. Ich habe keine Ahnung, wie die Runde angefangen hat. Ich glaube an der Fabrik, ne. Oder Spieler, glaube ich, ja. Stopp. Dankeschön für das Tier-2-Upgrade. Danke für den fetten Support. Vorhin erst Tier 1, kann das sein? Danke dafür, weiß ich sehr zu schätzen. Danke für den Beitrag zum Partner Plus-Grind. Wer ist der Support? Achso, war ich hier schon? Ich war hier noch nicht. Ach, oh fuck. Wie spielt sich der neue Patch? Gar nicht schlecht. Netcode ist nice, Performance hat etwas gelitten, leider. Hier ging es auf jeden Fall zur Sache. Na, Magdum, lassen wir jetzt mal. Am Kran-Spieler, ja, das glaube ich, will ich, äh, interessiert mich auch. Verlese jetzt, vielen Dank für den Prime im Fünften. Willkommen zu Gnabo für alle. Danke, dass du den Prime bei mir lässt. Weiß ich zu schätzen. Ey, ich sag's euch. Ganz ehrlich, mit dem neuen Netcode. Scope, was zur Hölle? Die Dreifach-Kombo, der Erste, der das überhaupt macht. Dankeschön für den Tier 1, Tier 2 und Tier 3 Sub obendrauf. Leute, kann ich ein bisschen dingligen und hype sind. Absolut krasser Support. Dankeschön für den Beitrag zum Partner Plus-Goal. 13 von 15, was zur Hölle? Holy shit. Holy shit. So, Leute, macht mal, denke ich mal, äh, wie, wie sagen wir, Hallo YouTube im Chat. Verewigt euch mal. Leute, danke für die ganzen Subs. Wirklich kranker Support. Haben wir das Goal fast voll, ey. Danke dafür. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okay, es war kein Spieler. Es war kein Spieler, war es. Shit. Weiß ich, wer der da war. Ach, das war der am Anfang, genau. Aber war trotzdem eine krasse Runde. War trotzdem eine krasse Runde, muss ich sagen. War richtig gut. Leute, danke für den ganzen Support auch. War richtig gut. Schön, 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 ähm, Schön rotiert und alles. Passt. Passt. Der hier war mies. Der hier war mies. Der war der beste Flank. So. Jörg. So. Schösch. So. Untertitelung. BR 2018